es könnte ich auch eine luke geben glaube ich es kann sie doch zum panzer kloppen und dann selber fahren ich krieg den aus dem scheiß panzer ich krieg den aus dem kackpanzer so klar von hin ab so ok zu wissen wenn der agro hat ist schwierig ja das stimmt das war klar na denn das war ja irgendwie klar ich sollte hier weg von der ich jetzt sagt typ hat sich dazwischen geschlichen ja ja die anderen sind alle irgendwie nicht mehr da die anderen haben aufgegeben das eis ist ja krass ja 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 und munitionsdebakel hier irgendwie ja ja Ab geht's! Ich hab's zuerst gesehen. Na also! Die fliegen gut. Muss ich sagen, die fliegen echt gut. Die haben auch einen M.G. Das wusste ich nicht. Das hab ich mir auch sagen lassen. Am Tunneleinwand stehen Panther der Allianz zur Verteidigung. Hau das Blei raus Marines! Hört den! Hier! Ich hab noch ein paar für dich aufgehoben. Hier! 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 Ui! Ui! Jetzt sind wir voll im Archen. Ja, und das nur weil der Master Chief tot ist. öh, was? wo ist der denn hingegangen? nein der baum war im weg, wa? am tunneleingang stehen panther der allianz zu verteidigen. mein master chief stirbt nicht er wiegt die feinde nur in sicherheit um sie dann gnadenlos zu erniedrigen kein problem der master chief ist wie chuck norris ne cooler was haben wir denn hier hinten auch schönes da sind wir echt noch mehr wo kommt die denn her? das ist doch gar nicht unser weg oder? that's not the way so das ist dann einfach nur ah ja, ok egal, von mir nochmal durch, weil es so schön war, tunnele sind immer toll liebe ich auch beim autofahren, tunnele sind toll hab das weg ich weiß nicht, maut war nix ab geht's ab geht's ab geht's das sagst du immer das sagst du immer, dass du nix machst, aber das ist gelungen was mach ich denn? ich bin aber total friedlich die letzten sechster die letzten sechster vollkommen von allein hier da war wieder ne eifer war ne ja 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 ich bin aber ganz kurz aussteigen ich habe gedacht werden gegner und nein ich habe gedacht werden gegner du bist schuld und ich knall erst auf meine eigenen typen weg ja sehr schön so muss das sein und wieder solo kämpfer scheinbar kann ja sonst keiner was ich bin friedlich in jedem spiel bin ich friedlich ich werde immer zuerst angegriffen ich kann doch überhaupt nichts dafür ich bin hier 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 Oh ja. Ja, was war das denn? Zwei von den Dingern und ich bin tot. Alles klar. Maybe Karma für den Kameraden. Genau. Oh ja. ja ich bin gespannt können wir können wir in diese mitte da rein wir gehen mal zur tür und dann gucken wir mal ob wir da reinkommen so kommen wir sehr cool ja das war schon ganz gut ja gut jetzt wenn wir so bemerken das war es okay was spannendes das schwert mit der ist runter gefallen das schwert mitnehmen das ist kein schwert ich würde sagen das geht nicht so von da unten kamen wir das war klinge ja der hatte irgendwas aber ich habe das nicht von da unten kamen wir also muss man ganz kurz gucken kamen wir von da noch nicht oder ist die orientierung verloren ja womöglich weiß gar nicht von wo wir kamen hier müssen wir lang hier waren die naja ja 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 Ich dachte, die Allianz hätte alle Marines in dieser Gegend eliminiert. Alter, was ist denn das? Springt doch nicht da drauf. Kommt nicht hier unten irgendwo raus? Er muss noch ganz kurz hier raus. Ja, ihr hättet ruhig sitzen bleiben können. Ne, wenn ich jetzt drauf trete, seid ihr tot, Leute. Ja, ihr hättet ihn. Missed! Ok, wie kommen wir da rauf? Finde ich gut, finde ich gut Sind wir hier wo durch? Na klar, natürlich kommen wir hier durch Die Platzmalklinge konnte ich nicht aufheben Die Allianz hat diesen Berg verschanzt, wir sind komplett umringt Wir müssen auf diese Hügelketten kommen Marines, Stellung halten, wir kümmern uns um die Geschütze Wir müssen die Hügelkette rauf bis unterhalb dieser Geschütze Verstanden, Position mitgehalten War der nicht tot? War der nicht tot gerade? Ich hab sie Los geht's War der Nadeln stecken? Achso Das Nadeln stecken, das klingt so wie so eine Beleidigung Von jemandem, der zu viel Drogen nimmt, ey Nö, du musst zu viel Nadeln stecken, ey Warte! Warte! Na dam made! Warte! 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 Karte! Vorsicht! Könnt ihr überein! Mist! Oh! Was wär die anderen übrig? Der war voll schlecht gerade. Ruderschuss! Vielleicht fiel das Ding so nicht kaputt. Master Chief, die Allianz hat Stellung auf den Felden über uns bezogen. Wir sind hier festgenagelt. Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Marines, Stellung halten. Wir kümmern uns um die Geschütze. Master Chief, wir müssen die Hügelkette raus, bis unterhalb dieser Geschütze. Oh, schön. Halten die Stellung und geben dem Master Chief Deckung! Das war's was! Das war's was! Das war's was!